Hey ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession Tales of Vesperia. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Stiller Wille ist das nächste Gespräch und das hören wir uns doch direkt mal an. Die Spirits haben nicht in meine Kalkulationen, aber ihre Effekte sollte sehr potenziell sein. Nur mit mir. Dann haben wir einen von den Gästen unserer Vorjagung. Genau, aber der größte ist noch in front uns. Still, die Situation nicht gegen uns sollte, glaube ich. Was ist es, Patty? Ich bin famisch. Ich kann nicht in dieser Situation kämpfen. Warum nicht eine Skur wie du immer? So, dann... Worum müssen wir denn jetzt hin? Ah, das war scheinbar richtig. Ist Ba'ul okay? Ist es sicher, dass er nicht zu schützt? Nein, er ist gut. Aber er ist nicht einfach. Was ist falsch? Der Apatheia in ihm ist nicht genug, um die Veränderung der Heiligen Geist zu tun. Aber er weiß, dass irgendwann, er braucht, um seine aktuelle Form zu geben und zu werden ein Heiliger Geist. Nun, die Menschen werden alle sterben, aber wir haben nicht jeden Tag überrascht. Ich denke, dass einige Leute das tun. Du sagst, dass Ba'ul so schwer ist? Er ist viel mehr Delicat als du, Juri. Die Geist, in seinem Fall, ist nicht genau wie wir es denken, wie wir normalerweise denken, oder? Aber es bedeutet, dass seine Bewusstseine erinnern wird und wird verwendet von etwas Neues. Also, das ist ein Angst vor dem Unbekannt. Das Teil davon ist eigentlich nicht zu anders von uns. Die anderen Entelekeia haben, dass sie sie müssen als Geist werden. Sie fühlen, dass es ihre Aufgabe ist, um die Stabilität dieser Planeten zu erhalten. Ba'ul hat eine Mission seiner eigenen, nicht wahr? Ich meine, was über seine Commitment zu zerstören, die Hermes Blastia zu zerstören? Die Entscheidungen für die Blastia zu zerstören und eine Geist werden, sind sehr unterschiedlich. Ba'ul ist noch nicht der resolve um seine Identität zu zerstören als Entelekeia zu zerstören. Ich denke, dass es nicht zu zerstören ist, wenn Sie mich fragen fragen. Und ich verstehe. Er ist glücklich, dass du ihn verstehst. Aber trotzdem, ich schaue ihn um ihn zu gehen. Du willst ihn als Geist werden, Juri? Nein, nicht am wenigsten. Aber ich frage mich, was die Entelekeia, was die Geist werden müssen. Das muss ich denken. Was passiert? Ich bin nicht klar. Ba'ul und die Spirits kommunizieren. Oder so, genauer. Aber ohne ihre Sprache zu benutzen. Ja. Was ist passiert? Er sagt, dass wir ihn nicht überrascht haben. Aber was war das alles? Hm. Der Spirits sagte etwas, um ihn zu beschleunigen. Vielleicht haben sie ihm gesagt, wie schnell sie es geschafft haben. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, es ist nicht möglich, dass er ihn jetzt ein Spirits wird. Ähm. Oh, wow. Das sieht hübsch aus. Ich muss mal gerade in unsere Zusammenfassung gucken. Was müssen wir jetzt nochmal machen? Die Gruppe wurde zuletzt auf dem Weg nach Noor gesehen, um Vorbereitungen für alles Weitere zu treffen. Okay, Noor. Alles klar. Das war einer der Hafen, ne? Da oben bei dieser Meerenge war das, oder? Hier? Oder der andere Hafen? Das weiß ich nicht mehr. Wir klettern einfach mal runter. Jo, Capua Noor. Das war die richtige Seite. Okay. Die beiden warten jetzt also im Inn und wir müssen jetzt was machen? Weitere Vorbereitungen treffen. Was ist, wenn wir da jetzt reingehen direkt in die Gaststätte? Wir können ja auf jeden Fall schon mal wieder speichern. Das kann definitiv nicht schaden. Ich bin gerade wieder so komplett planlos, was jetzt hier wie ansteht. Die Tür ist verschlossen. Das heißt, hier drin sind wir momentan definitiv noch falsch. Magische Augen wollte ich noch mal kaufen. Ne, hier konnte ich nichts kaufen. Es gibt jetzt immer wieder kleine Beben. Ist schon eigenartig. Das Land hier war immer sehr stabil. Mag der Fortuna. Wunderbar, genau. Hier wollte ich hin. Also, Apfelgummis füllen wir mal komplett auf. Kann nicht schaden. Mischgummis, Zitronengummis, Ananasgummis haben wir noch. So, magische Augen füllen wir auf. Wir haben so viel Galt. Wir brauchen eigentlich gar nichts zu verkaufen. Müssen wir noch mal hinten zum Schloss oder wie oder was? Wo müssen wir jetzt hin? Können wir hier irgendwas nachlesen? Suche nach Informationen. Unbekanntes Objekt am Himmel. Für nützliche Informationen bieten wir... Ah, cool. Die Kay of Logos ist installiert. Nice. Nice it is. Für nützliche Informationen bieten wir besondere Belohnungen. Jede Information ist von Nutzen. Danke für Ihre Kooperation. Organisation für Forschungszusammenarbeit der Kaiserlichen Akademischen Konferenz. Ich weiß es nicht, ob das so gut wäre, wenn wir denen sagen, was da oben am Himmel abgeht. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in die Richtung hier. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind oder falsch oder richtig falsch. I don't know. Verschlossen. Verschlossen. Okay. Ich blicke das hier wieder überhaupt gornisch. Muss ich ehrlich gestehen. Das hier war die Gasse, in der wir Flynn damals getroffen hatten. Endlich. Lass uns bei der Gaststätte warten, bis Ihre Einkäufe erledigt haben. Ja, wir waren doch schon bei der Gaststätte. Vielleicht müssen wir ja übernachten, in Anführungsstrichen. Dass dann die weitere Story getriggert wird. Wir sind schon bei der Gaststätte, also Sie sind wirklich willkommen. Glockenzeichen. Ich liebe Port Towns. Sie haben immer was, selbst in Zeiten wie diese. Sie sehen, dass Dinge einfach funktionieren können. Was hast du? Eine von allen Formulacrest und... ...Kontainer Parts. Was hast du gemacht? Ich mache ein Gerät, das die Spirits-Präschen wird. Eine Art von Dane-Nomos. Dane-Nomos? Ich frage mich, was der Duke jetzt macht? Ich weiß nicht, aber er ist total obsessed. Patti, was ist das? Huh? Ich fangisch. Ich möchte dir etwas machen? Ich mag das offer, aber ich muss aufzunehmen. Ich würde mich wie ein Pufferfisch, wenn ich jetzt fang. Sprechen ist das beste Weg, um sich aus einem verletzten Mund zu verletzten. Also, good night! Sie sagen, die Kinder brauchen zu spüren, um zu werden. Aber ich glaube, Patti wird irgendwann bald sein. Ich werde bald wiederholfen, um zu sehen. Ich werde bald wiederholfen, um zu sehen. Ich werde bald wiederholfen, um zu sehen. Ja, gut idea. Yuri, bitte wunderschön. Ich bin, ich bin. Was das Patty gerade? Ja. Das Handy trophy geht, um zu sehen. I'm worried about her running off by herself in the middle of the night Yeah, but it kind of seemed like there was something weighing on her Maybe she was thinking about Eifried Judith, I didn't realize you were awake Now that you bring it up, she hasn't said a peep about Eifried lately Rita, you're up too? And so's this old man I'm going to check on her I'll be right back I'll come with you It's too dangerous to go wandering around alone It's still pretty risky, just the two of you, Judith, darling Allow me, I'll escort you I'm going too Well, I guess if everyone's going What's the matter? Hey, sleepyhead, we're going out for a bit You sit tight and hold the fort Huh? Where are you going? Don't just leave me here I guess even the twerp wants to tag along Alright, then we'll all go and take a quick peek I'll see you next week I'll see you next week Bye-bye 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 Bis zum nächsten Mal.